Mit der Macht von Traubenzucker sollte mein Gehirn weitaus besser fitter sein, dass ich 1 Minute 30 hiervon abziehen kann. Mal schauen was passiert. Der Mann dopt auch noch. Traubenzucker Doping. Deine PV hast du dehydriert gemacht? God damn. Dabei hast du die Möglichkeit zwischen den Leveln zu pausieren für einen Schluck. Der Geben Timer geht nicht hoch. Und nur einen Arm hattest du. Ah ok, verstehe. Verstehe, verstehe. Und blind warst du auch. Passt. Ah. 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 Ich finde, da werden wir für jeden Reset im Level K2 zur Verfügung. Ich sollte definitiv mehr Dinge vom Bundesheer wieder machen, um fit zu bleiben. Ich sage das, aber ich werde es nicht umsetzen. Ich werde aber definitiv andere Dinge verfolgen müssen in naher Zukunft. Ich bin sehr interessiert, wieder Kampfsport anzufangen, auf einem ernsteren Level. Ich mache hier und da immer noch Übungen, aber nichts Ernstes. Zagluti kommt zurück. Damn. Das ist wild. Bei euch wird es auch sicher nie aufspannend zu sein. Wenn du fetter werden willst, für jeden Reset ein Ben-Jerry. Ich bin sehr sicher. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine Anzeige. Hmm. Gah! Ich hatte es zu gern, das Wurzel machen. Das wäre nicht ganz, was ich hätte machen sollen, aber es ist okay. Wir nehmen es. 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 Wir legen es. Wir legen es. Das war's. Uh, fast verfehlt das Ziel. Äh, äh, äh. Gut. Äh, ich hab kurz vergessen, wohin ich muss. Ich hätte dafür was gehen können, aber ich hab mir nicht getraut. Uh, okay, hab's noch gekriegt. Äh, 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 äh. Okay, um, äh, 40 Sekunden schneller als letzter Run. Das ist nicht schlecht. Okay. Okay. Okay, passt. Ich habe die 40 Sekunden wieder gut gemacht. Ah, shit. Ich habe wieder... Ja, okay. 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 Hey, let's go. Okay, ich habe die Zeit, glaube ich, wieder ein bisschen gut gemacht. Oh, okay. 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 Ah, hmm. 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 Ja! Ah! Ah! So, boom. ... ¿No...? ... ... ... Das war's für heute. 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 Oh, okay. Ah, boom, boom. 14.09. Ich frage mich, wie gut das für eine Pace ist. Oh, shh. Yeah, okay. Um, ich frage mich, hier die Intend Advisor. Okay. 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 Hm, hier ist noch Timierung für dieses Level eingefallen. Haben nicht wirklich viel gemacht, aber vielleicht ist es ein bisschen ein direkterer Weg. Okay. 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 Jetzt mal schaue ich auf den Bildschirm. Okay. 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 Ich fang mich, ob das hier geht? Ja, ich schätze. Wirkt aber nicht sonderlich hier schneller. Okay, ich habe alles getroffen. Sehr gut. Ich möchte das extra Stump dort kriegen, aber es ist sehr schwer dort ranzukommen. Gut. Dieses Mal dieses Level nicht frauen, das wird ziemlich gut. Das ist ein Schmuck. So, so is das. 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 So, hier diesmal das eine Ding abschießen, das ich das letzte Mal vergessen habe. Gut. 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 Okay. Hier ist man einfach nur rechts rum gehen. Ich habe meine Lektion gelernt. Ah klar, das geht auch. Äh, nicht ganz so klug. Ja, ist doch nicht ganz so klug. Manchmal habe ich immer noch ein paar Aussetzer, was man wo braucht in manchen Leveln. Okay. Okay, der nicht bei einem hier. Okay, gut, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Die choreography. Kein Hand in die Hand. Danke. Nichts! Ich Pferd hat hier noch die Hand. äh, ja, okay das ist ja ein bisschen früh das ist ja ein bisschen früh, wie muss ich gestehen okay ich gehe einfach hier diesen Weg weil das das letzte Mal alle Gegner erwischt hat ich weiß nicht, wo der eine ist, den ich überspringe wenn ich dieses Level auf eine schnelle Weise, nee, es ist wieder einer extra, nee, doch nicht okay, boah, dieses Level weiß nicht, ob das schneller war als meine reguläre Strategie ich habe verfehlt äh, so ich habe wieder verfehlt oh mein Gott ja äh, 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 äh D D D Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir spielen ein cooles Videospiel und sind halbwegs schnell dabei So mittelmäßig schnell So würde ich es zumindest betiteln Uh, der Rockerjumpen ist gut Okay Und jetzt geht's mit der Rockerjumpen ist gut Und jetzt geht's mit der Rockerjumpen ist gut Ich musste kurz überlegen, was ich dort gerade machen wollte Hö, äh, so Ich hab dieses Spiel in den Handelbundle bekommen Macht das Spaß? Ja, es ist ein großartiges Spiel Auch als ein Normie Finde ich, ist es ein Sehr gutes Videospiel Zu der Zeit, wo ich es zum ersten Mal durchgespielt habe Ist es definitiv einer meiner Favoriten geworden Also ich kann's nur empfehlen Also ich kann's nur empfehlen Ich hab das Spiel seit Ewigkeiten Ich hab das Spiel seit Ewigkeiten An meiner Wunschliste Oh Gott Instinct Ja, nein Ich kann dieses Spiel wirklich nur empfehlen Wieder auf der anderen Seite gelandet Oh, nee Ich habe die Küste nicht getroffen Autsch Autsch Aui Es tut alles weh Es tut alles weh Ah Ah Ich wusste, es kommt ja nicht so Das Level ist Shank Aber, oh Mann Ich hab ne Idee actually, wie ich es vermutlich consistent halten kann. Äh, okay. Puh. So. Einfach nicht mein Raketenwerfer hergeben. Ja. Und jetzt das bei Halerons? Ja, okay. Ich versteh dich. Ich versteh dich. Nein! Nein! Ich bin am Choken. Ich bin am Choken. Bis mal. Immerhin habe ich die Pistole behalten, also habe ich auch meine Ehre behalten. Ich bin am Chamen. Ich bin am Choka. Das war's für heute. Hey Seed, vielen Dank für das Good Luck. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast oder am Vorbeischauen bist. Es tut mir leid, wenn ich nicht ganz so doll auf euch angehe wie normalerweise, aber dieses Spiel braucht eine Menge von meiner Attention Span. Ich habe nicht ganz überlegt. Genau deswegen, genau deswegen. Ah, ah. Wo ist mein Schatten da? Oh, okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann vielleicht nicht. Ah, gut. Okay, klar. Ah, weiß nicht, wieso ich das genau gemacht habe. Aber hey. Gut, dieses Level diesmal nicht verkacken ist eine Top-Priorität. So. Dieses Level nicht verkacken wäre ebenfalls sehr cool Ich weiß nicht, ob ich alle erwischt habe Ich mag die Zahl nicht Sie fühlt sich nicht richtig an Sie fühlt sich nicht richtig an Aber mal schauen Ich weiß es nicht bis zum Ende Sie fühlt sich richtig an Sie fühlt sich so richtig an Okay Puh Wieso habe ich das gemacht? Oh mein Gott, mein Gehirn schmilzt Ich habe keine Ahnung wie gut das für eine Pace ist Oh oh Okay Puh, gerade so noch Ha? Äh Ich habe zu früh Waffen gerechnet, glaube ich Das war ein unnötiger So, diesmal schön gelassen So, das war es Okay. Ich hab ihn bezelt für Kackdarts. Oh, ich hab den doch getroffen Ich habe nicht auf meine Health geachtet, wow, der hat mich gut getroffen Das ist kein guter Attempt Gott Okay Wo ist das? No Ah, da war einer Okay Zeit sieht gut aus, mal schauen was passiert Das könnte gerade so hinhauen Okay 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 Äh, das ist nicht ganz die richtige Strand, aber das ist okay 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 Das war viel zu knapp Ah, phew. Wo ist es? Dass ich das noch erwischt habe. Da sieh, da sieh, da sieh, da sieh, da sieh. So. Okay. 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 Diesmal... Okay. Ich musste kurz überlegen, ob das richtig war oder nicht. Okay. 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 Ich war am Rutschen. Das war ein Vogel. Sorry, Vogel. Okay. 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 Nicht verkacken, nicht verkacken, nicht verkacken. Ich fall hier erstaunlich oft runter. Warte. Ich warte hier extra lange. So. Okay. 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 Das ließ sich doch sehen. Du solltest den Roll einfach machen. Das ist eine Zeit, mit der ich schon weiter zufriedener bin. Okay. Okay. Okay.